Wenn man das Rauchen aufgeben möchte, dann ist es immer toll, wenn man so aufs Land geht, die frische Luft zu schnuppen, da hat man nicht so das Bedürfnis an einer Zigarette. Sie sehen gleich einen Mann, der das Rauchen aufgegeben hat, aber es wird ein klein bisschen kompliziert, wenn ich dazukomme. Das werden Sie gleich sehen. Ich spiele diesen Sketch zusammen mit dem berühmtesten dänischen Komiker Dirk Passer. Tag Dirk, Mensch, siehst du gut aus? Was ist passiert? Ich habe aufgehört zu rauchen. Das ist schade, weil ich habe gerade am Tax-Free-Shop am Flughafen zwei Stangen Zigaretten für dich gekauft. Willst du ein Stück Schokolade? Nein, das macht viel zu dick. Dirk, du hast noch nichts dagegen, wenn ich rauche. Nein, gar gar überhaupt nicht. Darf ich dir helfen? So, hier sind wir. Sag mal, wie lange rauchst du schon nicht mehr? Darf ich deine Uhr sehen? 19 Stunden, 37 Minuten und 4 Sekunden genau. Und macht das dich... Mach dich das... Mach dich das nicht wahnsinnig nervös um zu reizen? Nein, nein, nein. Überhaupt gar nichts nervös. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Streit um Kuh, Sex, Tote. Bordelle legalisiert. Die Deutschen streiten sich immer mehr. Anspruch auf Fahrstuhl. Aber was steht da? Du hast doch nichts dagegen, dass ich rauche, he? Nein, nein, nein. Kann, 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 kann nicht. Überhaupt nicht. 1,5 Millionen Mark Babysitz. Bespürbar. Und der Bürger zahlt. Junge, Gefängnisskandal in Rome. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Dirk, kannst du mal eben meine Zigarette halten? Dann muss ich mal eine Notiz machen. Kannst du mal eben halten? Ich muss das eben aufschreiben. Das ist so toll. Halt mal eben fest, ja? Danke, danke. Hey, das ist toll. Das war gestern Invasion des Schmidts. Alles in Essen waren 5000 Leute, die Schmid hießen. Stell dir mal vor, da wäre ein Telefon gewesen, he? Für Herr Schmid und 2500 Leute hätten aufgestanden gemacht. Dann ist doch logisch, dass... Hey, musst du mal lesen, nee? Das ist wirklich wahnsinnig. Das ist wirklich toll. Das ist irre. Ja. 7 Millionen. Lotsen-Unterbrechens-Streik. Die Französische Fluglofsen wollen vor einer Woche wieder aufgenommenen Boomelstreich am kommenden Montag zwölf Uhr ortszeit unterbrechen um neue Verhandlungen mit den Verantwortlichen des Transportministeriums zu ermöglichen. Übermaß anliebe. Kind, muss er... Wie bitte? Muss ich eben... Ich muss eben weg. Ja, ich werde verlangt, ja. 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 ein Mensch zu fühlen!